Aus dem Wasser im Rostocker Stadthafen ist am Mittwochnachmittag eine Frauenleiche gezogen worden. Wie die Polizei berichtete, entdeckten Angler kurz zuvor von ihrem Boot aus einen leblosen menschlichen Körper im Schilfgürtel am Gelsdorfer Ufer. Da die Bergung dort nicht funktionierte, zogen die Beamten der Wasserschutzpolizei mit ihrem Boot die Leiche langsam über die Warnow auf die gegenüberliegende Seite. Hier kamen dann die Kameraden der Berufsfeuerwehr Rostock zum Einsatz. Mit einem Schlauchboot näherten sich die Feuerwehrleute dem unter einem Steg verkeilten Leichnam an und zogen ihn schließlich an Land. Eine Rechtsmedizinerin sowie Kriminalpolizisten untersuchten die Frauenleiche, die bereits keinen Kopf mehr hatte. Bei der Toten soll es sich um eine seit Anfang Januar vermisste 52-Jährige handeln, nach der die Polizei bereits mit Tauchern suchte. Die Frau verschwand am 9. Januar vom Gelände der Universitätsnervenklinik in Rostock-Gelsdorf. Jetzt wurde ihr Leichnam angespült.